Hallo zusammen, willkommen auf der BPM-Show 2015 in Birmingham. Wir sind am Magma-Stand. Heute wollte ich euch mal ein neues Produkt von uns zeigen, den sogenannten Digi-Control Backpack XXL. Ihr seht, das ist ein relativ großer Rucksack. Den haben wir speziell designt für den Pioneer DDJ-SX-Controller oder den Native Instrument S8. Ich zeige einfach mal ein paar Features von der Tasche. Das hier ist das Hauptfach. Hier haben wir ein Laptop-Fach. Da passt ein Laptop bis 17 Zoll rein. Hier zum Beispiel ein S8-Controller. Der SX wäre ein bisschen länger. Da nimmt man einfach das Polster hier raus. Passt perfekt rein. Es sind noch einige Zusatzpolster dabei, für den Fall, dass man ein paar kleinere Controllern transportieren möchte. Da kann man das Innenleben einfach dementsprechend anpassen. Hier vorne haben wir ein ziemlich großes Zubehörfach. Mit einer extra Tasche, wo ein Kopfhörer Platz findet, Festplatten. Hier unten würde noch ein Laptop-Ständer reinpassen. Hier gibt es noch zwei Organizer-Fächer, wo man zum Beispiel Kabel, USB-Kabel und Kleinteile noch mal sicher verstauen könnte. Das Ganze kann man als Hucksack tragen. Wenn man eine normale Tragetasche bevorzugt, dann kann man die einfach hinter der Wand verstecken und das ganze Ding mit dem Schulterhurt tragen. Oder natürlich hier mit den Griffen. Dicke Control Backpack XL ab Mitte Oktober erhältlich für 199 Euro.